Moin, heute zeige ich euch, wie ihr Custom Crafting Rezepte machen könnt. Zum Beispiel sowas hier, damit wir einfach einen Testblock auscraften können. Und wir starten am besten gleich mal rein. Bei den Crafting Rezepten haben wir einen riesen Vorteil. Und zwar gibt es Leute, die haben eine Webseite gemacht, mit der das extrem einfach ist, diese einfach sich generieren zu lassen. Hier auf der Webseite können wir jetzt folgendes machen. Und zwar sehen wir hier immer unser Crafting Rezept und hier links alle Items. Wir können hier einstellen nach 1.19, falls das nicht ausgewählt ist, fehlt mal 1.19. Und dann könnt ihr hier einfach nach Items suchen. Und was ich an diesem Generator sehr cool finde, wir können hier auch eigene Items hinzufügen. Hier steht auch, das Ganze ist für Modding gedacht. Also erst die Mod-ID, Tutorial, Mod, Doppelpunkt und dann wieder unser Items, Test, Item. So, das ist der Name vom Items. Und hier oben nochmal den Namen von dem Item, Test, Item. Dann wird das einfach wiederfinden, Select Textur, klicken wir einmal. Und wählen dann hier unsere Textur aus. Und jetzt haben wir hier, können wir einfach klicken, und jetzt haben wir unser eigenes Item in diesem Generator drin. Das Ganze wird auch mitgespeichert. Das heißt, wenn die Webseite neu ladet, ist das immer noch da. Und jetzt können wir uns mit unseren eigenen Items Sachen zusammenbauen. Wir nehmen einfach mal hier aus einem Test-Item und einem Emerald-Oar kann man sich, wir fügen mal noch ein Item hinzu, und zwar unseren Tutorial-Mod, Doppelpunkt, Test-Block und beim Namen Test-Block auch mal hinzufügen. Jetzt habe ich keine Textur, egal. Und das Ganze bekommt man dann dort raus. Was wir jetzt einfach, oder wie man hier unten jetzt schon sieht, wurde das Ganze generiert. Es gibt hier unten jetzt noch ein paar Einstellungen, die wir machen können. Und zwar Exactly where placed. Ihr seht vielleicht hier unten, das hier ist so ein kleines 4x4-Gitter. Wenn wir hier jetzt irgendwo noch ein weiteres Item reinpacken, sehen wir hier unten ein 3x3-Gitter. Das Ganze ist quasi wie so ein Gitter aufgebaut und wird alle Möglichkeiten ausprobieren. Jetzt gerade gibt es nur eine Möglichkeit, wie man diese drei Items nebeneinander anreiht. Wenn ich aber hier nur zwei Items habe, kann es auch sein, dass ich die Sachen hierhin platziere, oder hierhin platziere, und jedes Mal würde das gleiche Muster entstehen. Deswegen gibt es hier die Möglichkeit, Exact placed. Dann werden hier noch ein paar leere Stellen hinzugefügt, und somit muss das Ganze dann hier oben links in der Ecke gebaut werden. Wenn ihr allerdings alle drei Flächen hier in der Diagonale nutzt, ist das Ganze oder irgendwas, was drei lang ist, müsst ihr das hier nicht aktivieren, oder wir können es auch lassen. Falls ihr irgendwas habt, was überhaupt nur auf zwei Sachen sein soll, könnt ihr das gerne aktivieren, standardmäßig braucht man es eigentlich nicht, da man das Ganze auch einfach so hinlegen kann, und es funktioniert genauso 2x2. So, jetzt kommen wir hier zur Einstellung Shapeless. Shapeless ist sehr interessant, und zwar seht ihr vielleicht hier unten, dass dieses Gitter hier verschwindet, wenn wir es anklicken. Das Ganze bedeutet, egal wie wir das Ganze anordnen, es reicht, wenn diese beiden Items im Inventar sind, daraus wird unser Testblock gecraftet. Das heißt, die Form, wie wir es anordnen, ist komplett egal. So, hier unten lassen wir erstmal. Jetzt können wir hier drüben allerdings nicht nur Crafting-Rezepte erstellen, sondern auch was zum Schmelzen. Zum Beispiel könnten wir sagen, dass man aus unserem Block das Item rausbekommt. Können wir auch gerne machen, müssten wir dann nochmal gleich ein neues Crafting-Rezept packen, aber ich würde mal sagen, wir bleiben erstmal beim Crafting-Rezept. So, und wir wollen das Ganze jetzt drüber in unsere Mod packen. Und dafür gehen wir hier unten einmal hin, kopieren uns das Ganze einmal, STRG-C, und können dann einmal drüber in IntelliJ gehen. Hier in IntelliJ müssen wir dann einmal wieder ein paar Ordner stellen, hier unter Resources, rechtsklick, New Directory, und das Ganze ist unsere Data Directory. Nochmal rechtsklick, New Directory, und das ist unsere Mod-ID, also Tutorial Mod. Und da rein können wir dann unsere Recepts posten. Und da drin erstellen wir jetzt einfach mal den File, und den nennen wir, es ist eigentlich egal, wie man ihn nennt, es sollte nur halbwegs logisch sein, wir nennen es einfach mal, alles natürlich Client-Test-Blog.json. JSON kennen wir ja, Java, welcher Format haben wir ja schon oft genug in den vorherigen Tutorials genutzt. Das können wir einfach STRG-V drücken, und das Ganze hier rein kopieren. Und dann sehen wir auch schon hier, Tutorial Mod Test Item, das ist das Item, was wir hier in unserer Item-Klasse schon hinzugefügt hatten, Test Item. Und jetzt sollte das Ganze auch schon funktionieren. Wir testen es einmal, created run client. Ein kleiner Fehler, der mir noch aufgefallen ist, sie hat hier bei Block das ganze Test-Blog genannt, mit einem Unterstrich dazwischen, das heißt, wir müssen hier nochmal einen Unterstrich dazwischen packen, und jetzt sollte es auch funktionieren. So, in Minecraft drin, können wir dann hier den Crafting-Table öffnen, einmal den Emerald-Block rein, und das Test-Item, und wir bekommen unseren Test-Block raus. Und genau das gleiche könnt ihr jetzt auch mit Öfen machen, oder mit irgendwelchen anderen Crafting-Geräten, die es in Minecraft gibt. Und das war es dann mit dem Heulengetoi, lasst gerne einen Like und Abonnenten, schreibt gerne einen Sündungslosen-Kommentar, und dann schreibt auch gerne nochmal, was ihr gerne in den nächsten Tutorials haben wollt. Bye, bye.